Hallo und herzlich willkommen zu Affinity Photo. Heute mal ein kleiner Exkurs in Richtung Verschönerung von Objekten, wenn man es denn so mag. Viele von euch werden sicherlich auch mal hier und da versuchen, Objekte zu vergolden. Und häufig findet man natürlich auch verschiedene Anleitungen für Photoshop und Co., wie man das bewerkstelligen kann. Und Affinity Photo ist auch in der Lage, Dinge zu vergolden. Das ist relativ einfach zu lösen. Ich habe jetzt einfach mal so ein Bild hier ausgesucht. Das ist also hier ganz normal. Zunächst einmal ein Bild mit verschiedenen Früchten. Ich kann das auch mal ausblenden. Übrig bleibt jetzt an der Stelle einfach mal nur die Erdbeere. Das habe ich gelöst, indem ich also die Erdbeere ausgewählt habe. Zunächst einmal ohne den grünen Stängel jetzt hier oben an der Stelle. Und die möchte ich gern vergolden. Jetzt kann ich natürlich verschiedene Optionen wählen. Und die erste Option, die meistens genutzt wird in diesem Zusammenhang, ist relativ einfach. Wir gehen mal in die Gradationskurven rein. Das heißt also, wir haben hier die Anpassungsebenen. Und ich wähle jetzt mal die Gradationskurven aus. So, jetzt betrachten wir uns halt nur die Erdbeere hier. Die wollen wir natürlich hier schön im Blickfeld haben. Die wollen wir jetzt vergolden. Und eine Möglichkeit wäre jetzt hier mit der Gradationskurve, alle Kanäle, die mir zur Verfügung stehen, also der Masterkanal, möglichst weit in den hellen Bereich reinzuziehen. Also so in etwa. Ja, dann wird das jetzt hier sehr hell, das Ganze. Das spielt also insofern keine Rolle. Und kann das jetzt auch noch leicht editieren, je nachdem, wie ich das mag. Kann also weitere Punkte hinzuziehen, um einen möglichst guten, hellen Kontrast zu erzielen. Und man sieht schon, es wird schon leicht goldig, aber das ist natürlich jetzt noch nicht das Endergebnis, was ich gern erzielen wollte. Das wäre also Punkt Nummer 1, den kann ich jetzt so wählen, den gesamten RGB-Kanal sozusagen auch mit anzupassen. Ja, dann gehe ich praktisch nochmal in die Ebene rein und ich wähle jetzt mal ein Grafikobjekt, nämlich so ein Rechteck hier. Ziehe mir das jetzt einfach mal hier drüber. Man sieht schon, was hier passiert. Da ist also nichts weiter großartig dabei. Das hat jetzt eine, ja, bräunlich-gelbliche Farbe. Das heißt also, wenn wir in die Farbe mal reinschauen, ist das so ein braun-gelb Ton. Und wichtig ist jetzt hier, ich habe also nochmal eine Maske hier oben drüber gelegt. Das ist also meine Herangehensweise. Ich habe nicht nur die Erdbeere freigestellt, sondern habe einfach nochmal eine Maske hier oben drüber gelegt, damit also wirklich nur dieser Erdbeerbereich jetzt hier erscheint. Und wichtig ist jetzt hier in dem Zusammenhang, dass man einfach mal auf den Modus Farbe geht. Und dann sieht man schon, was passiert. Also die Farbe wird jetzt übernommen. Durch die vielen Glanzstellen, die wir eben zur Verfügung haben, erscheint jetzt diese Erdbeere goldig. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, sowohl die Farbe hier auch noch weiter anzupassen, als auch in die Gradationskurve einzugreifen. Das Schöne ist, das Bild an sich werde ich nicht verändern. Das ist eine Einstellungsebene hier. Und hier, dieses Rechteck ist einfach nur ein Grafik-Vektorobjekt sozusagen, ein Pfadobjekt, das mir hier zur Verfügung steht. Die Maske selbst, die kann ich auch noch ein bisschen bearbeiten, auch kein Problem. Kann ich natürlich reingehen und hier die Ränder auch nochmal leicht absoften zum Beispiel. Das wäre eine Option, um das noch ein bisschen schöner auszugestalten. Ja, und dann schauen wir mal rein. Also ich gehe jetzt mal in dieses Rechteck und dieses hat ja jetzt diese gelblich-braune Farbe. Ich mache mal einen Doppelklick hier oben rein, damit ich also nur diesen Bereich hier sehe. Hier drin zu navigieren in diesem rechten Farbauswahlbereich ist ein bisschen schwieriger, da genau den Farbton zu treffen. Deswegen also einen Doppelklick hier oben drauf auf die Vordergrundfarbe. Wir ziehen uns das Ganze mal rüber hier und dann kann ich natürlich auch noch ein bisschen fein justieren. Das heißt, es soll mehr so ein Weißgold sein zum Beispiel, soll es mehr so ein Gelbgold sein. Da kann ich jetzt hier wunderbar in diesen Farbtönen herumspielen, wenn ich mag. Das ist schon ein bisschen heller. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, hier mal in diesen Bereich noch mit reinzugehen. Aber da muss man aufpassen, dass es nicht zu grünlich wird. Also hier so dieser goldbraune Ton, der ist dann schon genau richtig für dieses Gelbgold, sozusagen, was wir erreichen wollen. Und dann haben wir eben alle Möglichkeiten an der Hand, dieses Objekt eben zu vergolden, ganz nach unserem Geschmack. Ja, jetzt ist natürlich bei mir der Monitor und Co. Kann man eben sagen, ja, die Farbe ist vielleicht noch nicht ganz gut kalibriert. Natürlich habe ich keinen kalibrierten Monitor an der Stelle. Das möchte ich mal betonen. Deswegen sehe ich natürlich auch nur dieses Ergebnis hier. Es kann bei euch am Monitor noch ein bisschen anders ausfallen von der Darstellung her. Für mich sieht das also schon relativ gut golden aus hier an der Stelle und deswegen belasse ich das auch einfach mal so. Das wäre also Punkt Nummer 1. Die andere Variante besteht darin, dass man also nicht mit diesem Rechteckobjekt arbeitet, um dann die Farbe nochmal drüber zu legen. Deswegen kann ich die auch mal löschen. Also drück mal Entfernen. Gehe mal in die Anpassung der Gradationskurve rein und sage jetzt erstmal Zurücksetzen. So, dann haben wir das Ausgangsbild natürlich auch wieder zur Verfügung. Und jetzt kann ich aber im Gegensatz zu der Gesamtkurve natürlich auch jedes einzelne oder jeden einzelnen Farbkanal anpassen. Und dazu gehe ich statt auf der Master-Ebene zum Beispiel mal hier auf die rot-grün- oder blaue Ebene rauf. Ich werde jetzt also mal die rote Kurve nehmen und die ziehe ich mir jetzt mal ganz mutig hier in diesen hellen Bereich rein. Dann gehe ich mal in den grünen Kanal und man sieht auch hier jetzt schon erste Veränderungen an dem Objekt zunächst einmal. Und dann brauche ich noch den blauen Kanal. Auch den muss ich natürlich ein bisschen anpassen und kann den dann jetzt hier entsprechend mit verschieben. Das hat jetzt noch nicht so die riesen Auswirkung. Aber wie gesagt auch das, wie gesagt eine Option, hier praktisch mit diesen rot-gelb-grün-Kanälen zu arbeiten und dann anhand der Helligkeitswerte sozusagen hier diesen Goldton zu provozieren. So, dann müssen wir in den grünen Kanal nochmal reingehen. Den müssen wir auch noch ein bisschen anpassen. Der darf auch ein bisschen mutiger sein. Aber wenn man sieht, wie ich den grünen Kanal jetzt auch noch verschiebe, dann nähern wir uns auch diesem Goldfarbton. Das ist aber wie gesagt ein bisschen ungenauer. Da muss man sehr viel händische Arbeit hier reinigen, auch was die Knotenpunkte bzw. die Kontaktpunkte der Gradationskurve anbelangt. Deswegen finde ich diese Methode jetzt nicht unbedingt die bessere. Also es ist tatsächlich so, lieber den Gesamtkanal verändern, dann über diese Farbfläche gehen, hat man im Grunde also ein etwas besseres Ergebnis. So, dann muss man so das Blau-Kanal nochmal anpassen ein bisschen. So, dann kann man so ein bisschen rausziehen. So, dann ist das Gelb-Gold schon so ein bisschen. Den brauchen wir gar nicht so weit hoch, weil dann, wie gesagt, kriegen wir den normal RGB-Farbe. Blau-Kanal ziehen wir eher so ein bisschen runter das Ganze. Und dann können wir natürlich die anderen beiden Kanäle auch nochmal ein bisschen anpassen. Rot-Kanal nochmal ein bisschen nachjustieren. Ja, dass wir hier ein bisschen reingehen in diesen Farbbereich. Und hier unten schauen wir auch nochmal rein in die Kurve, dass wir einen guten Verlauf praktisch hinbekommen. Wie gesagt, das ist aber dann vom Handling her nicht so einfach. Also, setzen wir das Ganze zurück. Dann wieder lieber in den Master-Kanal rein. Das ist das Einfachste. Ziehen uns das hier richtig schön in diese Helligkeit rein. Gucken, dass wir hier einen guten Kontrast hinbekommen zu diesem Gold-Gelb sozusagen. Und dann, wie gesagt, mit dem ganz normalen Grafikobjekt, also hier ein normales Vektorobjekt, drüberziehen. Hier den Modus auf Farbe. Wie gesagt, das ist dann von der Farbigkeit her besser gelöst. Und jetzt kann ich natürlich die Gradationskurve nochmal feinjustieren, wenn ich mag. Und dann natürlich auch dafür sorgen, dass mein Gold wirklich als Gold auch wahrgenommen wird. Wie gesagt, das ist ein bisschen einfacher zu lösen auf diese Art und Weise. Man kann natürlich auch hier nochmal einen weiteren Punkt hinzufügen, dass wir die Helligkeiten hier noch ein bisschen hochnehmen. Und dann glänzt das wunderbar. Was ich eben noch für eine Möglichkeit habe, ist jetzt hier praktisch übergeordnet in diese Gesamtgruppe reingehen. Ich könnte auch Shift-Steuerung Alt-E drücken, um eine gesamtheitliche Ebene zu nehmen zum Beispiel. Und unabhängig davon, wie die anderen Objekte jetzt hier ausgestaltet sind, kann ich natürlich eine weitere Anpassungsebene reinnehmen. Könnt jetzt nochmal in die Tonwertkorrektur reingehen. Und zum Beispiel auch hier die Tonwerte des Master-Kanals, der Rot-Kanäle, Grün-Kanäle nochmal ein bisschen anpassen. Das heißt also, dass wir dann auch hier nochmal ein bisschen mehr Sättigung und Ähnliches mit reinbekommen in dieses Bild. Das wäre also dann noch eine weitere Vereblungsform, die uns dann auch zur Verfügung steht in Affinity Photo. Also ich zoome mal raus. Die goldene Erdbeere ist jetzt erstellt worden. Natürlich kann man sich auch an andere Objekte wagen. Zum Beispiel auch Statuen, Häuser. Alles, was im Grunde still steht. Eine andere Option wäre selbstverständlich, dass man sagt, man arbeitet mit Farbverläufen. Auch das wäre natürlich eine Option. Dazu könnte ich jetzt zum Beispiel auf diese Pixelebene raufgehen. Wähle mir das Ganze mal hier aus. So, also hier die Melone möchte ich gerne auswählen. Das ist die Pixelebene. Schau mal rein. Subtrahieren. Das muss natürlich hinzufügen, das Ganze. So, dann brauche ich einen etwas größeren Pinsel. Die nehme ich jetzt auch einfach mal. So, wir müssen mutiger. An Kanten ausrichten möchte ich auch aktivieren. Und dann wird das sozusagen hier an Kanten ausgerichtet. Ich zeichne das erstmal ganz grob vor. Dann haben wir das hier oben. Subtrahieren gehe ich mal. An Kanten ausrichten nehme ich mal raus. Muss jetzt den Pinsel ein bisschen kleiner machen, zum Beispiel. Und werde dann jetzt hier in diesem Bereich also das hier wieder rausnehmen, um sozusagen nur die Melone auszuwählen. So, man sieht jetzt auch schon, die Kanten sind natürlich auch mal so eine Sache. Könnt ihr jetzt auch die Maske noch verfeinern, indem ich dann da reingehe und sage, okay, ich möchte die Maske noch anpassen. Gehe auf hinzufügen. Nehme das Ganze jetzt mal. Und das nur exemplarisch. Das heißt also, wie gesagt, ich möchte auch zeigen, dass man hier mit Farbverläufen arbeiten kann, um genau solche Effekte eben auch zu erzielen. Die sind aber unter Umständen nicht so genau. Das heißt also, subtrahieren. Wir gehen noch mal ein bisschen rein in das Bild. Gehen jetzt mal in diesen Bereich rein. Und werden jetzt hier mal eben das Ganze hier ausblenden. Von der Auswahl her. So, hier noch ein bisschen hinzufügen. Also, wie gesagt, die Auswahl, die überlasse ich euch dann an eurer Stelle. Und ich möchte halt einfach nur dieses Objekt jetzt erstmal grob auswählen. Wie gesagt, die Feinheiten. Da fehlt mir so ein bisschen die Zeit dafür, das jetzt hier an der Stelle so genau wie möglich zu machen. Ansonsten wäre natürlich hier auch für die Melone wunderbar das Fahrtwerkzeug geeignet. Weil da kann man natürlich auch schön die Kurve rumziehen. Das ist mal besser, als wenn man hier praktisch mit diesem Pinsel, wie gesagt, wir haben ja verschiedene Auswahlmethoden schon kennengelernt. Und man sieht ja eben das Problem, er hat teilweise eben eine schlechte Toleranz in dem Bereich, wo er dann praktisch überlagernd reingeht. Deswegen ist das jetzt an der Stelle erstmal keine saubere Auswahl. Ich bitte das eben zu verzeihen. Und dann gehen wir jetzt mal rein. Jetzt haben wir das Objekt ausgewählt. Und STRG-J drücke ich mal. Dann habe ich jetzt nur die Melone einzeln. Kann also zum Beispiel auch mal hier alle anderen Ebenen ausblenden, dass eben wirklich nur die Melone übrig bleibt. So. Und dann haben wir halt die Melone. STRG-D hebt die Auswahl wieder auf. Und dann nehmen wir halt einfach mal die Option, dass wir jetzt hier diese Pixel-Ebene haben. Gehen jetzt mal auf Anpassungsebene und könnt ihr eben auch sagen, zum Beispiel, ich möchte gerne eine Verlaufsumsetzung haben. Und diese Verlaufsumsetzung, entweder gehe ich auf Umfärmen zum Beispiel, um jetzt auch eine Farbe hervorzunehmen, oder ich gehe tatsächlich auf die Verlaufsumsetzung. Und bei der Verlaufsumsetzung ist es halt so, da kann ich jetzt einen goldenen Farbton editieren. Also ich gehe mal rauf hier. Rotton, wir brauchen so verschiedene Gelbtöne, Weißtöne, wie auch immer. Gehen wir mal in diesen Bereich rein hier zum Beispiel. Nehmen wir jetzt hier nochmal so Punkt rein. Weiß. Und hier noch einen Gelbton. Also das kann man dann relativ frei gestalten, so wie man mag. Können wir hier reingehen. So. Gelb-Gold. Gehen hier rein, machen hier auch nochmal so einen Gelb-Golden Farbton. Und das sind also relativ frei editierbare Möglichkeiten. Da kann man selber bestimmen, ja, wie sollte mein Gold- oder Farbton jetzt letztendlich aussehen. Ja, und den Blauton, den müssen wir auch ein bisschen abändern. Das soll ja nicht so gelbig sein. Den werden wir noch ein bisschen dunkler setzen. Da habe ich jetzt so einen Goldton. Und jetzt könnte ich natürlich auch wiederum sagen, ich möchte das Ganze gerne so ein bisschen auf Farbe setzen. Und dann hätte ich im Grunde so einen ähnlichen Effekt erzielt. Das ist natürlich jetzt nicht genau dasselbe, ja, wie mit der Gradationskurve, als eben auch natürlich mit dieser Farbfläche, die wir da drin haben. Weil das eben, wie gesagt, nur die Farbe insgesamt, sage ich mal, überlagert. Und das ist natürlich nicht dasselbe Ergebnis wie die andere Methode, die ich gerade eben gezeigt habe. Von daher also viel Spaß beim Nachempfinden. Probiert das ruhig mal aus. Ich werde auch dieses Vergolden-Element hier natürlich als Arbeitsdatei mal speichern und euch zur Verfügung stellen, damit ihr auch das dann entsprechend nachempfinden könnt. Überhaupt kein Problem. Probiert euch da ruhig aus an verschiedenen Objekten. Meistens vergoldet man ja Metalle oder metallische Oberflächen. Man kann natürlich eben auch andere Dinge vergolden. Wie gesagt, das ist jetzt nicht auf metallische Objekte begrenzt, das Ganze. Da kann man Erdbeeren vergolden, man kann Frösche vergolden. Und man kann im Grunde alles, was man eben sozusagen auch über Kanäle einzeln bearbeiten kann, goldig machen. Was natürlich auch eine schöne Variante ist. Also hier die goldene Erdbeere sozusagen, goldgrün. In dem Fall schon fast. Die ist auch eine tolle Variante, um jetzt hier damit eben zu arbeiten. So, dann nehmen wir also die Verlaufsumsetzung raus. Wie gesagt, die Verlaufsumsetzung, die ist jetzt nicht begrenzt auf diese Melone hier. Die geht auf die ganze Ebene. Also hier diese Einstellungsebene kann ich mal rausnehmen. Wie gesagt, probiert euch da ruhig aus. Viel Spaß beim Nachempfinden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.